Der Anruf haut Michael fast vom Stuhl. Er muss es Heike sofort erzählen. Ihr gemeinsamer Freund Carsten, seit Jahren schwer krank, hat eine neue Niere bekommen. Nun macht er seit langem erstmals wieder Pläne für die Zukunft. Carsten hat Glück gehabt, denn in Deutschland gibt es viel zu wenig Organspender. Rund 12.000 Menschen in Deutschland warten auf ein lebensnotwendiges Spenderorgan, aber nur rund 4.000 Organe können pro Jahr transplantiert werden. Heike ist skeptisch. Man weiß ja nicht genau, welche Organe wann und wie verwendet werden und wer sie bekommt. Da kann Michael weiterhelfen. Auf der Internetplattform der BIC kann man sich informieren, unter welchen Umständen Organe für eine Transplantation in Frage kommen. Und von dieser Website kann man auch einen Spenderausweis herunterladen. In Deutschland muss nämlich der Organspende zugestimmt werden, zum Beispiel durch einen Spenderausweis. Viele Menschen hier sind zwar für eine Organspende, aber nur ganz wenige haben einen solchen Ausweis. Michael wird ab sofort einen Organspenderausweis immer bei sich führen. Darin legt er genau fest, welche Organe und Gewebe er nach seinem Tod spenden will. Und falls er sich umentscheiden sollte, kann er den Ausweis einfach vernichten, denn seine Entscheidung ist nirgendwo registriert. Und weil Heike mitbekommt, wie aus dem tieftraurigen, schwer kranken Carsten wieder ein lebensfroher Mensch wurde, ist auch sie überzeugt. Vielleicht ist man ja selbst irgendwann einmal in Carstens Situation. Vielen Dank. Vielen Dank.